Willkommen zu Farquay Primal Dann bin ich ja mal gespannt wieviel krasse Game so ist Dann werden wir hier mal die ersten 20 Minuten hier schön zacken Und dann schauen wir mal hier Was hier passiert Natürlich hier exklusiv OPC war Alter hier nicht Konsole hier Äh Mr. Bescheid Option Grafik So Mal mal hier mal gucken Qualitätsentscheidung Alles zu frohe 3 bis Anschlag Und ich denke mal Verlegen Sofort Los Der One Patch Aha Aha Okay dann Äh Schwierigkeitsgrad kommen Alter Machen wir auf einfach Alter Experte Los gehts Yeah Farquay Primal Part Nummer 1 Und ich versuche mal wirklich Schmiel Ich spiel mal akustisch Anstert Ja Hade Lebha Ο ать cart Hade Hade Probleme Hade So Hade Tom Hade Fort Hade 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 Sehr schön, da ja mein PC schon abgekratzt ist vor ein paar Tagen, hoffe ich, dass es hier jetzt ordentlich funktioniert, Mitteleuropa. Fragt mich der Käfer bei GameStop, schafft denn ihr PC FF5? Na sicher doch. Bis jetzt die Gildenspiel-O da ist kein PC, hat mich schon heute Woche gefragt, schafft das die irre Grafik? Natürlich. Außer mein CWU, da könnte ein bisschen Probleme geben, aber denkt nicht. Aber jetzt? Wir wollen dazuhören. Sollalouin. Hymat Vivinja. Duaschala. 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 Iyancie Vurzuwaidash. Sonhalouin. Heimat Vivinja. Aber dann kommen Gefahr. Uda, fleischfressene Krieger. Isila, Meister des Feuers. Bring Dunkelheit über Vanya. Neues Licht kommt. Unsere Verloren weniger Brüder. Sie gehen starken Geist. Suchen nach Urus. Suchen nach uns. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Fahre 2 Primal in 1080p HD in 60fps. Fahre 2 Primal in 1080p HD. Fahre 3 Primal in 1080p HD. Fahre 3 Primal in 1080p HD. Fahre 2 Primal in 1080p HD. Fahre 3 Primal in 1080p HD принципе sporting boole focused. Fahre 4 Primal in 1080p HD und Spinn gemacht. Fahre 4 Primal in 1080p HD. Fahre 4 Primal in 1080p HD. Läuft unter, weil ich halt kein Problem habe. Oh, ist das geil. Neuer Skin, überwagene Jäger. Geburt wird deine Hürde verwendet nach Indivision. Best Genmeister führt hin, von der Schamann, abgeschlossen in deine Hürde. Ah. Ein neues Paket mit Blättern. Versuche und dein Lager nach, wie man in der Suche nach wen er abgeschossen hat. Möglicherweise ist es von einem Zugriff auf dieses Paket, erfolgt uns auch die Mühle zurück zu können. Bereits nicht viele, sondern ohne Nahrung, betürt den Marmotfluss und sonst vier Sterne. Bleib in der Hürde und folge daran. Da, kleines Mamm, selber Reitaka. Rein, 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 du Bastard. Ihr habt die Beute. Ihr habt deine Beute. Drücke um zu schwinden. Ah, nicht. So. Jetzt auf die Beute. Grüße Ach so ein Lager. Ach so hasse. Schön! und stört doch endlich und die aus Gute Jagd! Meine erste Zerlegung eines Marsch! Geist! Sei frei! Tiger, Tiger! Nicht rennen! Nicht rennen! Zurück, zurück, weg, zurück! Oh, shit, ey! Oh, fuck! Takar! Shit! Nein! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Reste in Peace. Geist, sei frei. nicht weit aber hier noch näher, brauche Waffe, Erfolgt freigeschaltet, hier geht es nach Urus, Fahrt nach Urus, sammeln Rohstoffe um einen Buch herzustellen, du brauchst um die Energie, geht es nach Urus, Alter aus 05, Schilf 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 05, Du kannst VG-Tutek mit einer Jägerblick ein, die das in Urus, schaffe in der Umgebung zu markieren, Aha, sehr schön, wo oben ist noch den ganzen krassen anderen Stoff hier, Schilf 05, 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 Sch gesperrt zwei händige Keuler, oh man ey Fähigkeiten Beutertaschen die Karte Wunderbar Jetzt will ich ja bohrer Essen für stärker Um evtl. Jagd zu nähre dich langsam der Reuter und drücke sie um zu drucken Halte vor für den Jäger gedrückt um die Tiere oder Blutschnur in der Nähe zu markieren Geh nicht zu nah heran Einige Tiere fliehen wenn sie nicht entdecken Dann werden wir uns hier mal ja spritzisch umklicken Jage und heute Teo um Nahrung zu erhalten Nahrung Nahrung Watt Ja 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 Scheibenzeichen Das ist natürlich schlecht Da haben wir ein paar Man Man Aber wenn die so rennen Alter Man 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 Mann Hier wurden die hin Scheiße Okay. Da, die nicht so einfach. Kommt herrn. Oh, hier ist was, wir sind da sehr schön, Peter. Och, heil. Hm, hm. Lecker, lecker Schinker. Geh nicht so nah heran. Sonst treffe ich's ja auch nicht, ne? Oh, alter, ey. Die sind hardcore, die Fischer. Da eine ganze Herre. Oh, da hat er mal da. Ech, scheiß Vieh. Was mein Essen? Und da hat er mal noch, hier ist noch was. Cool. Nachkommen muss Schuss suchen. Ich finde einen Unterstuch und empfache. Rät, höh, Lagerfeuer. Nehmen wir mal alles mit meinem Handy. Aha. Ähm. Jetzt könnte ich noch zerleben. Scheiße. Boah. Kopfschuss. Tasha für Tierfett ist fast voll. Ein Facher. Ein Lagerfeuer. Yeah. Jawoll, Feierer. Jetzt. Un-ts. Hm. Ein Lagerfeuer. Du. 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 Ja! Feuer! Schindbar! Nicht mehr so arschkalt hier! Ein Feier gemacht von Venia Checkpoint Fahrt ist dunkel Ich mache Keule um Feuer zu bringen Du kannst jetzt eine Keule herstellen Drücke ihn und lass Mühe Bla 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 zu öffnen Herstellt Wunderbar Boy du dann schuhe Cool Ach... Schraubgälen Ich mache Koffer 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 sehr schön, dann kann man schon mal ein paar Schägel einschlafen im Sinne deiner Keule um daraus eine Fackel zu machen Folge den weniger Spuren halte vorgedrückt und deine Jäger-Bee einsetzen machen wir auf jeden Fall in den nächsten spritzigen Holender weiter also hau da rein